Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Format Drei Fragen, Drei Antworten, das wir uns einfallen haben lassen in der Vorbereitung auf den Sports Medicine and Health Summit. Und für die erste Folge haben wir gleich einen ganz besonderen Gast. Als Leistungssportler hat er selbst alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Er war Deutscher Meister im Handball, er war Europacup, deutscher Pokalsieger. Mittlerweile arbeitet und wirkt er als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Köln. Seit 1988 in seiner eigenen Praxis für Psychotherapie, Psychosomatik und Psychoanalyse in eben genannter Stadt in Köln. Er hat das Institut für Sportpsychiatrie dort gegründet und ist Vorsitzender der Gesellschaft für Sportpsychiatrie und Sportpsychotherapie. Und er wird einer der Referenten sein, auf die wir uns sehr freuen beim Sports Medicine and Health Summit 2021. Viele Grüße nach Köln und ich begrüße Dr. Valentin Marxe. Guten Tag, Herr Schmidt. Herr Dr. Marxe, Sie sind und gelten als einer der bekanntesten Sportpsychiater Deutschlands. Jetzt umtreibt uns alle die Frage rund um das Coronavirus. Wir haben Ausgangsbeschränkungen, sportliche Wettkämpfe sind verboten, die Olympischen Spiele in Tokio sind verschoben worden. Also wir haben eine für Sportlerinnen und Sportler nie dagewesene Situation. Was raten Sie Sportlerinnen und Sportlern jetzt? Sie haben recht. Das ist schon einmalig und brutal belastend. Für die Sportler besonders, weil die Leistung kann man nicht konservieren. Man trainiert auf einen Zeitpunkt, am Wettkampf hin. Wenn das wegfällt, ist man ein wenig orientierungslos. Was kann man machen? Also ich würde aus meiner Erfahrung raten, in Krisensituationen auf das zurückzugreifen, was man gelernt hat. Und was Sportler in der Regel gut können, ist Verdrängen und mentales Training. Das heißt, ich betone auch immer wieder, mentales Training oder mentale Stärke ist nicht immer gleich seelische Gesundheit. Aber in diesem Fall, unter bestimmten Umständen, kann es helfen, vorausgesetzt, es dauert nicht ewig, seelische Gesundheit zu erhalten. Das heißt, wenn die Sportler, diejenigen Athleten, die es schaffen, dies als eine Herausforderung zu sehen, zu akzeptieren oder als eine Verlängerung der Wettkampfkombereistung zu verstehen, die haben nach meiner Erfahrung gute Chancen, auch gut durch diese Krise zu kommen. Das setzt natürlich auch voraus, dass man mit dem Trainer und Trainerteam neue Ziele setzt, kurzfristige und mittelfristige. Das setzt auch voraus, dass man mit seinen Teamkollegen Kontakte hält. Und das ist ja auch ein bisschen schwierig für viele Athleten, weil man gewohnt ist, im Leistungssport Leute zu treffen, ohne viel zu tun. Das heißt, vieles wird abgenommen. Leistungssport verleitet sowieso zu einer Form von Abhängigkeit. In diesem Fall muss man natürlich aktiv dafür sorgen, dass man Kontakt zu seinen Sportkameraden hält, mancher Sportarten, tägliche Videokonferenzen. Und dann kann das unter zwei Voraussetzungen aus meiner Erfahrung klappen. Einerseits, dass die Maßnahmen irgendwie mal begrenzt sind, weil dann kommen wir in die Phase, wo mentale Stärke tatsächlich an ihre Grenzen stößt, wo sportpsychiatrische Maßnahmen zur Erhaltung der seelischen Gesundheit und Themen der Gesamtbesönlichkeit mehr im Vordergrund stehen. Und die zweite Voraussetzung ist, dass wir auch Besönlichkeit der Sportler in ihrer Individualität beachten. Das heißt, wir sind immer wieder überrascht, dass die verschiedenen Athleten auf gleiche seelische Belastung unterschiedlich reagieren. Dabei vergessen wir, dass die Athleten ihre eigene Lebensgeschichte, unterschiedliche Lebenserfahrungen mitbringen und unterschiedliche Anfälligkeiten. Das heißt, stellen Sie sich vor, eine Athletin, die traumatische Kindheitserlebnisse hatte und die Außenwelt immer als bedrohlich erlebt, durch Leistungssport sich gut kompensieren konnte. Und jetzt erfährt sie das, was sie jahrelang befürchtet hat, nämlich die Außenwelt ist gefährlich, tritt ein. Das heißt, die wird sicherlich größere Probleme haben. Dann müssen die alle Berufsgruppen enger zusammenarbeiten. Sportpsychologen, Sportmediziner, Sportpsicherer und Physiotherapeuten eine wichtige Bezugsbezug. Ganz kurz nachgehakt zu Ihren Ausführungen. Ist das auch ein Appell an Sportlerinnen und Sportler, diese Situation nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und zu sagen, ja, ich merke intrinsisch in mir, ich rutsche mental vielleicht etwas ab, ich kann mit dem Sport nicht kompensieren. Ich suche mir jetzt gerade Hilfe durch einen Sportpsychiater. Auf jeden Fall. Ich würde zunächst mal versuchen, die Zeit zu nutzen, sehr sensibel und sehr selbstkritisch zu sich zu schauen, was kann ich machen, um meine Leistungen zu stabilisieren, neue Ziele zu finden und mich neu zu orientieren. Aber auch, wie geht es mir emotional, seelisch, mental? Und wen kann ich da ansprechen? Wer sind meine Bezugspersonen im Leistungssport? Da sind meistens Sportmediziner, Sportpsychologen, aber aus meiner eigenen sportlichen Vergangenheit weiß ich auch Physiotherapeuten. Das heißt, die wissen, die haben mit den Athleten sehr viel zu tun. Die wissen um die Befindlichkeiten und so. Die Athleten sind wirklich jetzt gefragt, mehr Verantwortung als sonst für ihre eigene seelische Gesundheit zu übernehmen und die Berufsgruppen ansprechen und dann eben Sportpsychiater und Therapeuten zu suchen, die es mittlerweile auch gut vernetzt gibt. Jetzt gibt es auch wieder ein Heraus aus diesen Zeiten des Coronavirus. Die Sportlerinnen und Sportler dürfen jetzt partiell auch wieder ihr Training aufnehmen. Befürchten Sie, dass in der Folgezeit das Phänomen des Übertrainings und die damit eventuellen Risiken in eine Depression zu rutschen, größer werden? Ja und nein. Also bei manchen Sportlern bestimmt, bei anderen wieder nicht. Übertraining-Syndrom ist uns seit Jahrzehnten leider noch immer nicht befriedigend gelöst bekannt. Einer der Gründe, finde ich, liegt es daran, dass wir es auf dem Gebiet der Fragebögen oder der Stoffwechselparameter, auch sportmedizinische Aspekte ganz gut untersucht haben, aber eben die psychologische Seite des Übertrainings-Syndroms ein bisschen vernachlässigt haben. Jetzt kommt langsam die Bewegung in das Thema. Ich betrachte das Übertrainings-Syndrom als eine sportspezifische, auch seelische Erkrankung, nicht nur körperliche. Warum? Weil gegen Ende des Übertrainings-Syndroms haben wir mit einer Depression zu tun, die teilweise oft behandlungsbedürftig ist. Ob wir sie Erschüpfungsdepression nennen oder Burnout, das spielt keine Rolle. Im Grunde genommen handelt es sich um eine Depression. Aber wir haben schon am Anfang auch eine sozusagen seelische Komponente, nämlich warum ein Athlet seine körperlichen Grenzen, die er überschreitet und wir als Athleten trainieren immer an der Grenze zwischen Leistungsoptimierung und Überforderung. Warum ein Athlet diese Grenze gar nicht erkennt oder, wenn er sie erkennt, mehr übertreibt und überschreitet als ein anderer, das hängt wiederum von seiner sehr früher kindliche Erfahrungen von seiner Persönlichkeit, von Anteilen der Persönlichkeit, die wir bislang nicht so sehr auf dem Schirm gehabt haben. Stellen Sie mal vor, jemand hat mehr masochistische Anteile in der Persönlichkeit, die haben wir alle, aber mehr oder weniger. Der wird sicherlich dazu neigen, in Zeiten der solche Ausnahmezustände, wo das Training nicht von Trainingswissenschaftler oder Trainer so strukturiert ist, eher mehr zu tun und mehr in Gefahr zu kommen über Training oder Depressionen zu bekommen, andere vielleicht weniger. Es wird momentan sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass soziale Isolation in der Kombination mit Bewegungsmangel zu einer höheren Depressionsrate führen kann. Es gibt diverse Reviews, es gibt diverse meta-analytische Studien, die nahelegen, dass Bewegungsmangel tatsächlich ein Risikofaktor für Depressionen sei. Da sei Philipp Schuch und Kollegen 2017 zum Beispiel angeführt. Sehen Sie zurzeit demnach ein höheres Risiko für die Allgemeinbevölkerung und wenn ja, wie können wir uns vor psychischen Folgen schützen? Also das größere Risiko sehe ich auf jeden Fall, aus verschiedensten Gründen. Wir wissen, wie wichtig Bewegung für körperliche Gesundheit ist seit mehreren Jahrzehnten schon. Mittlerweile gibt es auf dem Gebiet der seelischen Gesundheit auch sehr viele Studien, die wir in einem Buch bei Schatau Verlag zusammengefasst haben, wie wichtig Bewegung für die seelische Gesundheit ist und bestimmte seelische Störungen. Für die Depression ist das so, dass ein systematisches Sport, gesundes sporttherapeutisches Training genauso wirksam ist bei leichten und mittelschweren Depressionen wie eine medikamentöse Behandlung. Wir wissen mittlerweile auch, dass Sport auch präventive Funktion hat. Aus einer Studie von 2017 wird ersichtlich, dass etwa 10 bis 12 Prozent der Depressionen verhindert werden können, wenn man nur eine Stunde moderaten Sport- oder Bewegungstraining pro Woche macht. Dann wissen wir auch, dass Sport dazu beiträgt, dass Lebenszeit bei den Depressionen, bei den schizophrenen Kranken verlängert wird. Die Depressiven leben sieben bis elf Jahre kürzer als gesunde Menschen. Warum? Nicht wegen der Selbstmordgefährdung, sondern weil sie einfach weniger Bewegung, keinen Antrieb haben, Stoffwechselerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln und auch früher sterben. Und wenn Sie soziale Komponente ansprechen, finde ich es auch unglaublich wichtig. Da haben wir eine hervorragende, prospektive Studie von Harvard Universität, die seit etwa 30er Jahren des letzten Jahrhunderts läuft und unglaublich viele Daten gesammelt hat. Und die zusammengefasst ist in Klick und ich weiß nicht wie die, Giant-Studie. Und dort wird ersichtlich, dass der größte Faktor für die körperliche Gesundheit, Erhaltung der körperlichen Gesundheit, seelische Gesundheit und Lebenszufriedenheit nicht so sehr berufliche Erfolg ist oder Geld, sondern die Qualität des sozialen Kontakten. Also Sie haben völlig recht, diese Maßnahmen sind wirklich ein Risikofaktor für die körperliche, aber auch für die seelische Gesundheit. Das waren schon drei Fragen, drei Antworten von Dr. Valentin Marxer mit meiner Nachfrage sogar dreieinhalb. Wir möchten aber nicht missen lassen. Dr. Valentin Marxer hat ein Buch geschrieben, Seelische Gesundheit im Leistungssport, zusammen mit Karl Jürgen Bär. Frisch erschienen im Januar, glaube ich. Das sei wärmstens empfohlen an dieser Stelle. Prima. Ich sage herzlichen Dank, sende viele Grüße nach Köln und freue mich dann, Sie live zu erleben beim Sports Medicine Health Summit 2021. Ich auch. Grüße nach Frankfurt. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik